Die Gedanken für den Dach Heute mit Stephanie Kasel, Pastoralreferentin an der Pär Oeversauer St. Pirmin. An unserer Port treffen wir uns regelmässig all zwei Wochen mit jungen Familien am Babykrieg. Meistens Mammen mit ihren Puppelschen kommen heute zusammen, für sich auszutauschen und Tippen und Impulse für ihre Puppelschen kann er zu kriegen. Du könntest dann noch als vier, das von der Puppelschen kreischt, Mammen stült. Es ist einfach nicht mehr schön zu sehen, weil in dem Moment juste die Puppelschen und Mammen wichtig sind, aber was für eine Ähnlichkeit Mammen und die Puppelschen in dem Moment sind. Ich konnte doch bei meinen nächsten Körner spüren. Was sie genug getrunken und ersatzten, dass sie sie richtig schreien schon zufrieden. An der Bibel gibt es eine Frau, die mir am Herrgott eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht hat. Sie bitt, wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter, so ist meine Seele in mir. Ich fanden, dass das Bild ganz ausdrucksstark ist und ich kann mir gut vorstellen, wie das, was mein Seele ruhig und zufrieden ist, wie ihr gestillt und könnt. Das tut dumm zu denen, dass ich sich geburschen, sicher und geschützt weiß, dass ich sich gehalle fühlt. Diese Momente verbinden sich auch mit dem Herrgott. Mit dem Gefühl, den Zauber siehst, ist es nicht einfach so du. Das Gebiet von einem Buch von den Psalmen, aber Gott sei Dank steht da noch dabei, wenn ich zu so engen Rau kommen kann. Zwei Sachen sind höllfreisch. Am Anfang vom Psalm steht, mein Herz überhebt sich nicht. Und ich war hierfür, dass ich von ihnen zu viel habe oder von etwas zu schwer ist. Mit Herz, mein Bibel, nicht nur all das Emotional, das mir heute mit verbunden hat, mehr auch der Verstand. Der Gedankechaos, an dem wir all zu draußen sind, der soll für einen Moment ungeheil gehen, an dem sich mir klar machen. Ich kann vieles erklären und verstören. Mich hat nicht alles an meiner Hand. Das wird aus dem Psalmen nicht hochmütig blicken meine Augen. Du gehst in meinen Beziehungen zu mir und zu den anderen. Ich schau Grenzen und ich mache Fehler. Das ist nicht für sich zu mengen. Aber es geht doch viel Gutes um mich. Es gehen eben die zwei Seiten. So ein neuerlöschener Leibblick auf sich selber, mir auch auf die Jahre kann helfen, Distanz zu kriegen, Gefühle zu relativieren, die ehe Gedanken der Gefühlswelt nicht immer an meinen Mittelpunkt zu stellen. Darum geht es am Psalm. An die Gedanken können mir helfen an dieser Zeit. Alldach kommen neue Hiobsbotschaften, neue Corona-Neue-Schketen, sie wird aus dem Radio, Fernseher oder Internet oder aus dem eigenen Dorf ein bekannter Freundeskreis. Wenn ich gut däte, dann, wo ich einen Platz habe, sie wird gedanklich oder wo ich kann hingehen, wo ich mich im Moment ganz recht sehen kann, wo ich Distanz und Kraft kann kriegen. Ein Platz beim Herrgott Stille sammeln Die Gedanken durchlöschert